Das war der Computer, nicht ich. Naja, auf jeden Fall heißt das, wir machen hier weiter. Wir wissen ja jetzt, was hier passiert. Na, kommen wir auch raus. Ja, ja. Schnauze. So. Oh. Ja, war vielleicht doch keine so gute Idee, was ich hier mache. Hoh! Hä? Die Rektor hat die... Wie hat sie denn das gemacht? Gut, hast du's gemacht. Wenigstens eins, was sie hier bekommt. So. Ja. Die Tür ist weg. Hm. So. Hier waren wir das letzte Mal. Tut mir leid, dass das aufgekackt ist. Die ist tot. Mr. Milchtüte, das war's du! Nein, nein, aber ich schwör's, ich war's nicht. Ja! Würde ich ihr auch sagen. Stirb. Hier ist zu. Das hast du gewusst, Mr. Milchtüte. Geh weg. Das hast du gewusst, Mr. Milchtüte. Nein, es tut mir leid. Oh, das hast du gewusst. Hoh! Hoh! Mr. Milchtüte. Ich dachte, wir werden Freunde. Der lebt... Also. Mr. Milchtüte und ich werden jetzt keine Freunde mehr. Key ist umgetüllt. Ist hier der Key? Oh. Hi! 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 Hoh! Hoh! Lass mich... Ah! Heiß dich! Meine Fresse! Boah! Na Huh Na ja Wie vai Ist ja Wie vai Wie vai Wie vai Wie vai Ah ja Geht weg Du kommst mit Na geht das Hallo 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 Oh Oh was zu trinken Okay Okay behalte dein trinken Hier hier Ich wills gar nicht Boah Muss man deswegen gleich so aussieken Nur weil ich was zu trinken will Hat wohl jemand seine Periode gehabt Geht Geht die auf Waaa Das waren Reflexe Irgendwo Oh Ich hab mich nicht erschrocken Oh Raus Oh Hallo Ich mein Nein Der Gag war jetzt zwar nicht so Der Börner Aber Mei Ähm Ja Tut mir leid Aber irgendwann muss ich es hier tun Du das ist vielleicht nicht gesund da drinnen Nuss Wahnsinn Domenüsse hier überall Oh Na Na D Wetter 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 Ich schlafe Öh Öh Ja Es geht etwas tief runter Ok Ok Öh Öh Ich will da nicht runterfallen Schwer Ja Halt die Schnauze Halt die Schnauze Hä Éh nunca Mach Häh Ä GREG Schnauze Ach gonna seite Schnauze Lass mich in Ruhe. Das reicht's. Deswegen haben wir die großen Geschütze aufgezogen. So schaut's aus. So. Och, komm. Tut mir leid, ich muss das machen. Da ist 2. Guck mal, eigentlich mal schauen, was ist denn hier hin. Da. Oh. Was ist denn? Hm. Okay. Nett. Ah, hier sind wir. So. So, da la. Ich wollte ja nur mal gucken. Tut mir leid, schau mich nicht so an. Ich will jetzt hier. Hallo. Hallo. Wieder normal gehen. Hallo. Jetzt, danke. Ja gut, wenn ich so krasse Dinge aufziehe. Dann wird's ja irgendwo mal langweilig. Hey. Ah. Oh. Sag mal, hast du dir wehgetan? Tut mir leid. Nicht. Hm. Ein Fahrt. Oh, ein Schrank. Hm. Oh, Löcher in der Decke. Ah. Lord of the Time. Lording. San... Oh. 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 aber dunkel hier drin ich hab gar nicht Oh okay okay ich komme nach unten das die hier auch mal die schlafen gelegt der Kerl In einem schönen Bild, nicht? Oh, komm mal hier. So, dann geht's raus. Hör mal. Geht's dir gut? Hallo? Geht's dir gut? Nein? Oh, macht nix. Mir geht's gut. Da runter? Okay. Mal zur Sicherheit gleich die Pistole raus. Können natürlich mir jetzt auch ein MG von Counter-Strike scheaten, aber... Wer macht denn schon? Da. Ah, weiter. Da lang oder da lang? Tja, dann wird jetzt mal vorgerasht. Höh! Höh! Lass mich bloß in Ruhe, lass mich bloß in Ruhe, lass mich bloß in Ruhe! Ah! Okay. Andere Waffe. Ah! Ah! Was zum Henker war das denn? Boah! Ist ja dieses Screamer da, de... Boah, de meh! Pff! Au! Ja! Höh! Endlich raus! Höh! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Blu-blu-blu-blu-blu! Blu-blu-blu-blu-blu! Blu-blu-blu-blu! Geh auf! Geh auf! Geh weg! You can escape from Nightmare House. Made by Hen Masolski. Auch wenn du kein Deutsch kannst, schätze ich mal. Denk was schnell level dieser. Ja, ich habe mich vollgepinkelt. Ich muss jetzt zum Seelschlemmler. Nein, ja. Ich bedanke mich für euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr meine Maps habt, die ich nochmal spielen soll, dann schickt ihr mir einen Link. Boah, hey, mein Skott. Jo, was war alles noch zu sagen? Ich bin auf Facebook, wenn ihr mich finden wollt. Ich schau mal nach. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Kommentar lasst, ne? Jo, was weiß noch zu sagen? Ich hab schon gewissen.